leute lehnt euch entspannt zurück schnappt euch ein getränk was zu knabbern das video geht verdammt lange ich habe die patch notes für season 22 ich durfte die neue season schon anspielen die neue map aim assist nerf loot bin rework neues respawn system battle sense mechanik gibt es ein bisschen was neues eine art sechster sinn akimbos bot lobby modus und so weiter und so fort es lohnt sich dran zu bleiben ich habe eine menge bilder für euch ich habe einiges an gameplay zusammengeschnitten care package war für ein bisschen was akimbo gameplay haltet euch fest die akimbo waffen sind so krank so geil sehr sehr stark macht aber ultra ultra laune natürlich wird dieses video präsentiert vom ea creator network danke nochmal an ea dass ich die neue season schon testen durfte wir fangen einfach mal an mit dem patch notes achtung das sind nicht die 100 prozent patch notes die kommen am 5 august es wird hier und da noch ein bisschen was geben was noch nicht verraten wurde um es ein bisschen interessant zu halten vorab möchte ich aber sagen es gibt kein lifeline rework wurde nicht thematisiert ist auch nicht drin ich habe es überprüft vielleicht dann doch im mit season updates so wie es bei revenant damals der fall waren wir fangen einfach mal also die neue map district es stimmt die neue map kommt ich mache ihr einfach mal ein kurzes gameplay an aus mehreren perspektiven springe ich da einfach mal ab lande kurz und mehr zeige ich euch da jetzt nicht weil so viel habe ich nicht gezockt die server waren etwas bescheiden so dass man doch nicht so oft zocken konnte deswegen habe ich ja einfach das beste draus gemacht ich habe aber gleich noch eine menge bilder für euch diese map ist unwahrscheinlich genial und wir vielleicht selber schon feststellt von der größe her auf jeden fall ungefähr so groß wie olympus würde ich sagen extrem viele gebäude extrem viele pio eis und das geile ist es fühlt sich an wie eine ich möchte jetzt nicht mit call of duty vergleichen oder so aber es fühlt sich halt an wie eine extrem große multiplayer map aus irgendeinem shooter weil du hast kaum frei fläche ein spot nach dem anderen und das gefällt mir extrem gut und es wird so spaß machen bin ich mir sicher dass den meisten von euch diese cyberpunk artige map gefällt so hat es auch respawn gesagt sehr cyberpunk lastig von der optik her diese map macht unwahrscheinlich spaß viele pio eis es gibt extrem viel zu entdecken und es ist halt es ist einfach geil wirklich diese map macht unwahrscheinlich viel spaß was gibt es noch zum neuen map zu erzählen es gibt viele pio eis wo du viele etagen hast teilweise über vier fünf etagen an manchen pio eis hast du vor so einem riesen gebäude auch so eine art jump pad dass dich nach oben katapultiert dass du aufs dach kommst dann gibt es noch so eine art mini gravity canon die dich von einem aufs andere dach befördern kann und so weiter das ist einfach ultra ultra nice und ansonsten ist auf der map viel versteckt es lohnt sich diese map zu erkunden in räume zu gucken plakate anzugucken die ganzen pio eis genauer da wird vieles versteckt was ein bisschen storytelling ist über die legenden und einiges mehr habe ich jetzt aber leider keine bilder für euch weil es einfach viel zu viel ist wir gehen jetzt erstmal die bilder durch die standbilder die ich von district für euch habe die meisten wurden ja eh schon gelegt deswegen sep ich das jetzt nur ganz flott mal durch aber die map macht ultra spaß und es ist einfach geil die optik ist geil der die skybox ist geil es sieht schön dunkel aus ist es nicht so hell und es fühlt sich halt an als würdest du dauer zocken auf world's edge beim streamer building den main spot wo die meisten landen es ist halt ein spot nach dem anderen und es macht so bock zu fighten und dort würde ich sagen stechen auch extrem viele legenden heraus die einfach viel zu viel bock machen und einige legenden würden wahrscheinlich nicht ganz so gut sein ich würde sagen pathfinder wird wahrscheinlich eine legende sein der ganz gut dadurch geht oder alter mit ihrem portal könnt auch richtig geil werden sowas haben wir noch hier haben wir noch das bild und jetzt kommen wir zum respawn revival achtung wir werden jetzt erstmal für eine weile oder für immer möglicherweise trios nicht mehr als normales also es wird immer noch paps ganz normal sein es nennt sich aber ries oder paps revival modus oder respawn revival modus das gibt es nicht in ranked ganz ganz wichtig nicht dass das einer falsch versteht in renkt wird es immer noch ein respawn beacon geben wir müssen uns damit immer noch manuell aufheben oder mobile respawn beacons finden aber im normalen paps wird es so sein der revival modus wird wie folgt funktionieren es gibt keine respawn beacon und keine mobilen respawn beacons es macht unwahrscheinlich spaß moment ich will man noch das hier weg machen das macht unwahrscheinlich bock solange mindestens eine legende lebt läuft ein timer ab und wenn der timer abgelaufen ist wirst du gerestet direkt über dem pio abgeknallt wurde direkt über deinem teammate kannst wieder rein jumpen und das kannst du x beliebig oft machen nur im letzten ring nicht mehr da ist dann deaktiviert und da ist dann ritze der timer wird von mal zumal je öfter du stirbst immer länger weil irgendwann muss das quad media oder die die das team muss ja auch immer tot sein wenn du zwei leute tötest und mal von fünf sekunden geriest von wirst das hatte ich schon ein paar mal da hast du kaum zeit den letzten zu töten weil irgendwann ist dann mal sensor aggressive oder passive spielweise beeinflusst den respawn timer auf jeden fall wie gesagt je öfter man stirbt desto länger wird der respawn timer ich glaube um die 20 sekunden was längste was ich gesehen habe oder 18 sekunden letzter ring da geht es dann nicht mehr und in rank wie gesagt ist das nicht aktiv ich zeige euch jetzt einfach mal hier als beispiel ich gehe hier drauf und ihr seht schon wie der respawn timer anfängt zu laufen da waren es acht sekunden ich weiß gar nicht ob ich das erste oder das zweite mal gestorben bin so oben rechts seht ihr auch so ein timer ablaufen so im balken jetzt werde ich gespawnt und ihr seht moment ich spiele ein bisschen rein hier dass ich direkt über meinen team jetzt geriest von werde ganz normal raus springen und alle sind glücklich das ist auf jeden fall geil es macht ultra ultra spaß und macht abs für mich auch wieder ein stück weit spielenswerter was halt interessant wer du stirbst halt öfter die gegner stürben sterben öfter es wird sicherlich einfacher seine 4k batch oder auch eine 20 bomb dadurch zu erspielen das ist zumindest meine theorie es wurde nicht gesagt dass das nicht geht außer im bot lobby modus da wird das nicht funktionieren so was haben wir noch battle sense das ist geil das finde ich cool vielleicht findet der ein oder andere nicht so geil wir werden jetzt alle legenden so eine art sechsten sinn haben im close bis mid range fight werden wir sobald wir einen gegner angehittet haben den lebensbalken sehen wir sehen dann wie viel schild er in balkenform hat und wie viel leben zeige ich euch gleich und noch gehighlightete gegner die in der nähe sind finde ich auch nicht schlecht wird auch nicht jeder feiern ich zeige euch einfach mal ein bild hier du schießt gerade den gegner an egal welche legende und sobald du den anschießt erst dann erscheint diese helft bar und dann kannst du wirklich sagen ist der gegner one shot oder nicht das ist eine coole sache natürlich verschwindet der balken irgendwann wenn du nicht mehr hittest und natürlich auch hinter wänden oder so verschwindet das ebenfalls das ist klar und die zweite battle sense mechanik ist ihr seht hier hinter alter oder um alter drum herum einen kleinen highlight so eine art roter rote umrandung um die gegner ein bisschen besser zu sehen im close range fight das ist sehr sehr nützlich ist nicht schlecht aber ich könnte mir vorstellen dass da nicht jeder freund von ist weiteren text bin refreshing die loot bins werden überarbeitet also es bleibt im endeffekt alles so wie es ist die bin ist immer noch eine bin du machst die auf alles ist schön passt auf im mid fight werden sämtliche kisten die schon geöffnet wurden geresettet die gehen wieder zu du machst die auf und der loot da drin war wird neu ausgerollt also es ist nicht derselbe loot drin sondern es wird einfach neuer loot ausgerollt das ist krass das ist interessant ich hatte die situation schon oft dass du irgendwann im spot vorbeirenst wo du loots suchst und nichts findest sagt mir eure meinung ich bin echt gespannt ach so übrigens nebenbei möchte ich noch mal betonen leute 50 prozent von euch die regelmäßig einschalten haben diesen kanal nicht abonniert vergesst nicht zu abonnieren sehr sehr wichtig für mein kanal ihr schaltet sowieso ein verpasst da nichts und ich mache regelmäßig verlosungen coins hoffentlich vielleicht in zukunft auch dem battle pass von ea und so weiter und so fort da müsst ihr abonniert haben also klickt auf den abo baden lassen daumen dann kommentar und so weiter und so fort weiter im text danke für den support auf jeden fall so wie geht es weiter dann gibt es zwei neue loot bin arten es gibt einmal eine seltene loot bin die sieht so aus dieses gold die kann man öfter finden da sind dann so tolle sachen drin wie ein goldner starfall da kann da kann ein goldenes knockdown schild drin sein da kann goldner rucksack drin sein und so weiter und so fort also die kisten zu öffnen ist richtig richtig geil jetzt kommt aber der hammer die mythic bin die sieht so aus die sieht richtig geil aus die findet man nur ein einziges mal auf der map die ist gehighlighted auf der map die kannst du sehen ich zeige euch gleich gameplay und es dauert ein weichen bis die aufgeht zeige ich euch ebenfalls gleich habe ich noch irgendwas ach so die ist nicht scannbar von skirmisher klassen falls da jemand jetzt fragt kann man die scannen oder so ich zeige euch einfach mal gameplay und seht selber was da drin ist es ist so geil ich habe erst mal so ein bisschen geguckt das ist jetzt so ein bot lobby das ist eine bot lobby damit ich mal in ruhe gucken konnte und hier seht ihr dieses kleine icon das ist die mythic bin da halt jetzt mal ganz flott hin da sind wir schon da ein kleiner cut da ist sieht mega geil aus und jetzt müssen wir die öffnen mit einem timer ihr seht auf hier gedrückt halten müssen wir das ist im endeffekt wie als würdest du den tresor öffnen es dauert halt doch noch ein stück weit bis die aufgeht und zack zieht euch rein was da alles drin ist da droppt lauter zeug eine devotion eine rote devotion also eine care package war für eine golde alternator eine pk eine goldene und eine goldene 301 du kannst im endeffekt wenn du glück bei dem job hast und du landest auf dieser kiste du kannst eigentlich dein sport komplett geil ausrüsten das ist richtig richtig geil so akimbo waffen es macht bock aber ich glaube es ist zu stark ich habe in den playtest ein paar mal das gehabt und die gegner schmelzen das ist wahnsinn 2020 mosambik beides akimbo waffen du findest die waffe einmal alles fein alles schön du findest sie ein zweites mal und dann hast du automatisch zwei waffen in der hand der zweite slot bleibt unberührt du kannst immer noch eine zweite waffe haben flatline oder in den 99 oder weißt du was also du hast dann zwei waffen du musst aber deine aufsätze nicht doppelt finden so findest du jetzt zum beispiel ein leichtes magazin für deine p2020 in blaues dann ist es auf beiden gleichzeitig drauf also du musst jeden aufsatz nur einmal finden und ja du kannst für beide waffen auch hammer punkt drauf machen ich zeige es euch gleich in trainings gelände alter es macht unwahrscheinlich viel spaß und auch du kannst ja nicht anvisieren logischerweise nur aus der hüfte es ist relativ easy auf dem gegner zu bleiben so und beide waffen gedrückt halten schießen automatisch ich zeige euch einfach mal gameplay wir fangen mit der p20 an ich hebe sie einmal auf ich hebe sie ein zweites mal auf und hier haben wir übrigens auch den reaktiven skin aus dem battle pass für die erste für den ersten battle pass im split 1 so jetzt machen wir noch mal ganz flott hammer punkt drauf kostet ja nichts muss ich jetzt irgendwas dazu sagen das ist so geil du musst dich nicht mal anstrengen jetzt kommt die mosambik feuer frei einmal standard ausgerüstet ohne irgendwelche aufsätze erst mal ist schon nett angenehme feuerrate jetzt machen erstmal hammer punkt drauf da knallt der schaden dann mal so richtig rein und jetzt machen wir noch den goldenen bolt drauf und gute nacht kann ich dann nur sagen also ich denke die bildung für sich ohne scheiß es macht wahnsinnig spaß es macht wirklich wahnsinnig spaß leute ich war ein wenig überrascht wurde nicht thematisiert ich war jetzt noch ein bisschen auf dem trainingsgelände unterwegs und habe das hier gesehen die 99 wandert ins care package es wandert keine raus die devotion bleibt drin knallt richtig rein rückstoß ist immer noch sehr sehr schwer zu kontrollieren also da fühlst du kaum unterschied hier machen wir noch mal test einzelne kugeln auf den körper 30er magazin goldenes mac drauf muss man denke ich nicht viel mehr dazu erzählen die lmgs bekommen eine menge liebe ab sämtliche lmgs alle lmgs bekommen ein ganz schild generator hopp ab das ist im endeffekt als würdest du mit gibbi rumlaufen der regeneriert sich immer wieder selber absorbiert 40 lebenspunkt ich zeige euch gleich bilder deckt ungefähr den oberen körper ab nicht so heftig zeige ich auch gleich und wenn das teil gebrochen ist kaputt ist die 40 hp zu ende sind gibt es eine kurze cooldown und dann ist das ding wieder aktiv was ich aber nicht so ganz gesehen habe ob man das detail deaktivieren kann wenn es darauf ist ähnlich wie bei gibbi um seine posi vielleicht nicht so ganz zu verraten so sieht das teil aus für sämtliche lmgs hier habe ich zufällig gefunden aufgehoben hätte ich auch im trainingsgelände machen können aber ich habe jetzt einfach das gameplay mal genommen spitfire drauf achtung ihr seht ihr wie sieht an und dann geht das teil auf und so sieht das aus moment das ist dasselbe bild bloß halt hier so sieht das dann von außen aus für die gegner es hat ungefähr die v-form eines oberkörpers es deckt schon ordentlich was ab wenn du frontal auf einem gegner stehst der dich nicht von der seite flankiert da ist das schon echt eine richtig richtig geile nummer weiter im text wir haben shotguns das streumuster für die peacekeeper und die mestre wird angepasst beide waffen weniger pellets weniger kugeln pro streumuster aber angepasstes streumuster ein bisschen enger dafür machen die pellets ein bisschen mehr schaden genauen schaden schadenswert kann ich euch nicht sagen und das muster von der pk das war vorher wie so ein strichmännchen sah dieses streumuster aus das sieht jetzt eher so v-förmig aus ebenfalls wie ein oberkörper dadurch sollte es leichter sein zu treffen wenn du richtig zielst und vor allem nicht diese typischen neuner oder elfer hits die man so kennt so hävork nerf wenn überrascht die hevork wird ein wenig genervt hipfeuer also hipfeuer hüftfeuer man merkt schon aus der hüfte triffst du jetzt nicht mehr ganz so einfach ich habe mir jetzt gameplay gespart aus dem trainingsgelände die hemlock hemlock schaden von 20 auf 19 reduziert weißes und blaues meck wird die kapazität für die hemlock ein wenig reduziert dann haben wir ich das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander ich gehe chronologisch so durch wie uns das so hingeschmissen hat oder respawn erbstücke sollen bald wieder individueller für einzelne legende kommen legenden kommen wann genau steht noch nicht ganz fest wollten sie sich nicht festlegen dann haben wir munitions kapazität munitions kapazität pro stack wird erhöht leichte munition im rucksack wird von 60 auf 72 erhöht shotgun wird auf 20 erhöht und energy auf 45 die grundwerte habe ich jetzt gar nicht im kopf ich glaube shotgun waren 16 energy waren glaube ich 40 kann das sein ich bin mir nicht ganz sicher das sind so zahlen die ich überhaupt nicht auf dem schirm habe leichte waffen eine handvoll leichter waffen wurde gesagt also nicht alle aber mindestens die 301 ist dabei kann ich euch sagen erhöhte kapazität auf alle magazine von weiß bis lila oder gold wie auch immer jetzt kommt der aim assist nerf er kommt und er kommt so wie ich mich freue dass er kommt die konsolenspieler sind nicht davon betroffen außer du bist auf der playstation unterwegs aber du lädst einen pc spieler in deine lobby ein dann landest du ja sowieso automatisch in einer pc lobby dann wirst du von einem 25 prozent heftigen aim assist nerf getroffen sämtliche pc spieler die auf controller spielen 25 prozent aim assist nerf und alle controller spieler von konsole cross progression mäßig in den pc lobbies also wisst ihr bescheid noch irgendwas konsole konsole empfehlen ja das habe ich alles erzählt so dann bitte erklär mir jemand ich habe es versucht zu googeln ich kriegs aber nicht in worte gefasst aim flinch wird von allen waffen und den meisten legenden fähigkeiten weggenommen was ist aim flinch ich habe es schon mal gehört ich kann es nicht wirklich erklären weil ich keine vernünftige erklärung im netz finde dann wird etwas endlich behoben was allen wahrscheinlich seit release von apex legends tierisch auf den zünder geht du kennst das du hast ein teammate der klettert genau da hoch wo du hoch klettern willst zur selben zeit und was passiert oder versetzt um eine sekunde du bist schon fast oben dein teammate kletterte hinterher und du fällst runter und dein teammate auch oder im zweifel bleibt er oben das passiert nicht mehr hat lange gedauert leider fünfe und halb jahre daumen hoch dafür so legenden wir sind bei speziell rakuun legenden also aufklärende legenden und legenden die kontrollieren sowie watson oder korstic sehr interessante änderung korstic und co die kontrolligen bekommen jetzt 25 überschild also 25 überschild punkte obendrauf sobald ihr euch in der tone befindet wir lassen einfach bilder sprechen und zeige euch nebenbei ein richtig geilen korstic skin für ein kommendes event in season 22 achtung ich bin jetzt wieder in dieser bot lobby da zeige ich euch auch gleich noch mehr wie das aussieht ihr habt jetzt gerade gesehen ich fliege hier schon in der zone und schon leuchtet es kurz auf und ich habe 25 lebenspunkte mehr ihr seht unten rechts unten links waren es kurz 25 lebenspunkte mehr und sobald du aber wieder aus der zone raus gehst verschwindet das über zeit wieder ihr seht jetzt hier so ein kleines icon neben der helft bar hat man im flug nicht gesehen und sobald man aus der zone wieder raus geht sinkt das langsam ab und alles ist schön das heißt kontrolligen werden bevorzugt wenn sie in der zone ein gebäude halten oder so das heißt auf ein rotes körperschild hast du da nicht 125 sondern 150 lebenspunkte mit einer helft bar zusammen 250 das ist eine richtig richtig satte nummer und dann haben wir noch remote pick up remote pick up jetzt habe ich es wenn du zum beispiel als caustic eine falle aufstellt oder von mir aus auch im wortzen zauern wortzen must ne wortzen zauern nicht machst und du hebst die wieder auf bekommst du diese ladung wieder auf dein konto zurück kannst du wieder schmeißen vorausgesetzt sie wurde nicht beschädigt sie muss noch komplett 100 prozent ganz ganz sein ja bei einer bei einer bei einer caustic falle schwierig wenn du drauf schießt platze e auf wenn du unten auf den fuß schießt verschwindet aber so funktioniert dann haben wir recon legend das ist sehr interessant scan biegen kann mehrfach benutzt werden allerdings nur auf 500 meter das heißt die gegner die du auf der map visualisieren kannst geht nur noch auf 500 meter dafür kannst du den bieten aller paar cool down zeiten öfter benutzen aber eben nur eine distanz von 500 meter und es gibt eine erhöhte spawn rate für die scan biegen und es gibt minimalen nerve auf den evo gehen ich glaube du hattest 100 punkte dazu bekommen sind jetzt noch 75 weil du es öfter benutzen kannst und und das finde ich sehr sehr krass die recon legenden alle recon legenden sehen dass nicht auf high range aber sie sind gehighlighted als hättest du ein diggi visier oben drauf ihr seht jetzt hier rechts die es oder ein stück weiter hinter was ist es ein octane oder eine wortzen ich sehe es jetzt nicht so genau die sind gehighlighted ihr könnt die sehen natürlich nicht durch smoke das wurde ja eh genervt also das wird definitiv nicht geben vintage crypto rampart und watson sollen weitere liebe in dieser season bekommen haben sie nicht thematisiert wir warten also auf den fünften august wo die 100 prozent patch notes raus kommen ranked rumble startet ende season 21 nicht vergessen der ranked ich mache noch ein extra video das sollte zuerst rauskommen und dann kommt erst das patch note video aber falls das jemand verpasste das video wir haben drei tage vor season ende ist auch rank schon vorbei ganz wichtig achtet darauf vergesst das also nicht rank rumble erkläre ich jetzt nicht weiter gab es schon erklärung nicht von mir ich habe ich habe mich mit rank rumble tatsächlich null beschäftigt sorry dafür map rotation district broken moon und storm point district reißt raus sagen wir mal so wirklich die map wird euch bestimmt gefallen ranked änderung bin ich gespannt es passiert nicht so viel und wenn ich das richtig verstanden habe der kollege der das erzählt hat war ein bisschen schwierig zu verstehen aber ich habe es so verstanden dass du ab platin ab rang platin wenn du den erreicht hast bekommst du ab platz 15 aufwärts keine minuspunkte mehr so habe ich es verstanden auf englisch ist das jetzt gut oder schlecht ich denke wenn das wirklich so ist ist es wieder deutlich einfacher deutlich höher zu kommen siehe das problem mit den master badges in keine an welches season es war müssen wir mal abwarten ich habe noch ein bild für dass diese sprungpads für euch bevor ich das vergesse erst mal seht ihr hier ich habe den gegner angehittet jetzt erscheint erst die health bar das ist sehr praktisch und ich habe diesen typen einfach nicht treffen wollen und hier haben wir so eine mini gravity canon vom sound her genauso zack rüber aufs dach und wie gesagt um solche gebäude drum rum ist dann auch immer mal ein kleines sprungkissen wo du dich nach oben katapultieren kannst also nicht wie das jumppad von octa wenn du da rein slidest du fließt trotzdem kerzen gerade nach oben wobei das mit dem octane jumppad auch geht neuer battle pass muss ich denke ich nicht erklären es gibt ein extra video für den battle pass was da inhaltlich alles drin ist und holla die waldfee dieser battle pass ist wirklich geil richtig geil kann ich euch sagen eine menge geile sachen drin es sind zwei legendäre loba skins drin zwei legendäre new skins aber die ganz krasse für 20 euro ganz wichtig da ist schon echt cooler stuff drin und auch noch ein legendärer pk skin ist drin wie gesagt p 2020 ist reaktiv ob das jetzt zwei verschiedene sind in split zwei auch noch mal eine reaktive variante der p 2020 kann ich euch leider nicht sagen aber wie gesagt battle pass gibt es ein extra video für sämtliche skins und was da so alles drin ist was haben wir noch es wird noch für neue spieler wird es ab season 22 einen welcome pass geben ich glaube der kostet nicht der hat 40 level und da ist alles mögliche drin ist so ein paar skins crafting metaller ein paar coins und so weiter die dir freischalten kannst interessante sache und ich betone noch mal der premium battle pass für 950 coins den kannst du in season 22 freischalten du musst den nicht kaufen du machst ein paar challenges dann kannst du den freischalten und hast den dann und kein geld ausgeben ganz ganz wichtig vergesst das nicht bot royal jetzt hätte ich fast überspringen übersprungen das video es gibt einen neuen modus der ist in der in derselben kategorie ich mache es einfach mal an ihr geht hier auf trainingsgelände bot royal oder firing range warum da bot royal jetzt wird es aktiv war und nicht die die district map kann ich euch leider nicht sagen ihr startet mit bot lobbies ihr könnt diese bot lobby mit freunden starten oder allein es sind acht squads insgesamt und es ist nur ein kleiner ausgewählter bereich einer map die bots können ein bisschen was das auf jeden fall ich lasse das jetzt hier einfach mal ein bisschen über anderthalb minuten laufen die können ein bisschen was aber die sind auch gar nicht so dumm gerade wenn du die downst die halten ihr knockdown schild schon so dass du die schwierig nur unterschießt also die kannst du nicht mit links rechts links rechts verarschen das kann ich euch gleich mal sagen aber das macht bock zum warmspielen ist das eine richtig coole geschichte die botmates sind okay und jetzt möchte ich hier die conduit nocken ihr seht schon die hält schon gut hinterher hier jedes mal mit ihrem knockdown schild es war gar nicht so einfach guckt euch wie schnell der sich jetzt dreht habt ihr das gesehen also die machen schon ein bisschen mit und hier seht ihr zum beispiel gerade den octane so ein bisschen gehighlighted war ebenfalls gut sichtbar ich gehe noch mal ein stück zurück durch die treppe durch dieses durchsichtige teil hat man den ganz gut schon sehen können ja also es ist ein win ist dann natürlich easy drin bis level 10 bekommst du erfahrungspunkte bist du über level 10 hinaus bekommst du nichts mehr du kannst logischerweise keine badges oder irgendwelche faxen freischalten das sollte natürlich klar sein es sei denn das ist so verpackt dass es doch geht eine 4k ist drin aber eine 20 bomb ist eher unwahrscheinlich weil da müsstest du bis auf einen alle selber töten das wird schwierig denke ich oder nee 8 squats du musst deine noch abziehen 7 14 21 21 gegner sind auf der map könnte schwierig werden wenn wenn es einen bug geben sollte so habe ich hier noch irgendwas zum warm machen das habe ich erzählt dass es nicht freischaltbar alle legenden sind übrigens auch spielbar wenn du dich freigeschaltet hast du kannst in der botlobby alle legenden testen so dass du wenn du anfänger bist und deine legendären top nicht sinnlos ausgeben willst guckst du erst mal welche legende ist geil welche nicht und dann ist es schön habe ich eigentlich die 99 schon gezeigt ja die schon gezeigt cheater das thema cheaten steht im vordergrund mit unter die transparenz in sachen kommunikationen soll besser werden was passieren soll und so weiter und sofort diesen dran und es wurde zum schluss auch die frage gestellt ist es vielleicht irgendwann mal möglich wenn man von einem cheater nachweislich geholt wird dass man dann keinen api verlust hat diese geschichte haben sie im kopf es ist wahrscheinlich haben sie aber nicht gesagt schon in der mache aber ich kann mir auch vorstellen dass es schwierig ist mitten in einer ringtrunde dass da 100 prozent detect wird achtung dass ein cheater der da gerade gestorben ist er bekommt kein minus das muss natürlich in 0, nichts passieren das system muss natürlich 100 prozent einwandfrei funktionieren ja das ist auf jeden fall fakt vier squat modus solo modus ist erst mal wieder raus falls ich das noch nicht gesagt haben sollte aber der vier squat modus soll irgendwann wohl in naher zukunft mal wieder kommen aber ein bisschen abgewandelt mehr haben sie dann zu nicht gesagt du es habe ich im spieltest übrigens auch nicht drin gesehen geht also mal davon aus dass es gerade einfach nicht da ist weil wir hatten dieses revival und wir hatten noch einen anderen modus gerade aktiv ich habe schon wieder straight shot hieß der glaube ich der modus der erst gerade aktiv so und was auch wohl in der mache ist das haben sie auch auf ihrer liste das finde ich auch eine coole sache dass man gerade die high rank spieler die warten manchmal in der queue in der lobby so lange bis irgendetwas passiert minuten lang es soll wohl vielleicht irgendwann mal implementiert werden dass man so lange wie man wartet in die firing range gehen kann und dort sich noch ein bisschen warm schießen kann oder irgendwas tolles machen kann revenant nerf ganz ganz oben auf der liste nicht zum start wann genau haben sie nicht gesagt aber für mich klang es nach split zwei so was haben wir noch jetzt gehen wir noch ein paar wunderschöne bilder durch wir haben hier noch einen spot von edis trick wir haben hier noch mal übrigens einen lober skin einen aus dem battle pass und wir haben den reaktiven skin für die p 2020 der sieht wirklich sehr sehr schick aus habe ich gleich noch in besserer qualität auch dieses skins die ihr hier sitzen alle im battle pass drin dann haben wir hier noch mal den lober skin und einen fuse skin sehen beide so aus im battle pass und die beiden anderen varianten der lober skin ist so geil ohne scheiß wartet auf das battle pass video dort zeige ich euch das noch mal genauer was gibt es hier zu sehen einfach nur noch mal ein spot dann noch ein bisschen in games darf hier haben wir die p 2020 einmal in nah und dann haben wir hier noch ein letztes bild leute ein finished ich habe fertig das waren die patch notes exklusives material für die neue season 22 ich bin überzeugt dass dieses season richtig geil wird weil die map macht unwahrscheinlich spaß und wir wissen es gibt nichts schlimmeres als ständig auf zu großen maps zu spielen das trick ist auf jeden fall ein absoluter bonus für apex legends die map rotation ist vielleicht gerade nicht ganz so geil gerade für rank für die leute die nicht gerne diese riesen maps spielen aber man darf auch nicht vergessen die großen maps sind natürlich deutlich leichter zu kontrollieren und man kommt nicht so schnell in der third party ist jedenfalls meine meinung lasst mich wissen was von all dem spaß haltet ich verbleibe mit freundlichen grüßen wünsche euch noch einen richtig geilen tag bis zum nächsten mal rein